Guten Morgen an unserem zweiten Tag in Berlin zu unserem kleinen Kurztrip. Ja, zu gestern kann ich noch sagen, dieses Einschlafen war sehr schwierig. Ich glaube, es ist viertel neun oder so, kam sie dann letztlich zur Ruhe und hat geschlafen. Also es war dann doch alles ein bisschen zu aufregend, um dann doch gleich schlafen zu können, was wir uns vielleicht doch erhofft hatten. Aber eigentlich hatte ich es mir schon gedacht, dass es fast so laufen wird. Naja, jedenfalls haben wir dann auch selber zeitig geschlafen. Wir waren alle sehr knülle und ja, nun ist sie gegen sieben wach geworden, 3.07 Uhr. Jetzt haben wir uns fertig gemacht. Sie guckt jetzt noch ein bisschen den Kinderkanal. Und bis Mama und Papa fertig sind und dann wird angezogen und dann gehen wir fein zum Frühstück. Und danach haben wir heute geplant eigentlich in Sea Life zu gehen und mal schauen. Mehr haben wir uns da auch noch nicht überlegt. Bisschen bummeln vielleicht. Mal sehen. Ihr werdet es ja mitbekommen. Viel Spaß. Musik So, wir sind jetzt vom Frühstück zurück. Wir haben es jetzt, wie viel haben wir es denn eigentlich? Gute Frage. Wir haben es jetzt 10 vor 9. Wow. Ja, wir haben uns ganz schön viel Zeit gelassen. Aber es war ein sehr, sehr leckeres Essen. Also es gab eigentlich alles, was so das Herz begehrt von Müsli, Brötchen, sämtliche Belege, Pfannkuchen oder Eierkuchen, Obst, Torten, Gemüse, Eier, Rührei, Milch. Und das muss ich betonen, weil wegen unserer Laktoseintoleranz die Milch war in verschiedenen Kannen und es war eine Tafel. Ich blende euch das mal ein. Eine Tafel wird draufstehen, in welcher Kanne, in welcher Milch. Ja, fand ich total gut gelöst. Ja, und nun werden wir uns fertig machen und gehen dann in die Stadt. Ach, und was ich noch erwähnen möchte, die Mitarbeiter hier sind auch sehr, sehr nett. Alle sehr freundlich und kinderlieb. Kann ich also für Kurztrips nach Berlin für Familien mit Kind echt empfehlen. Mir sind noch zwei Dinge eingefallen und zwar in dem Restaurant gibt es sogar eine kleine Spiele-Ecke. Und es ist eigentlich etwas, was ich mir jetzt besser hätte vorstellen können, war der Saft. Der war wie verdünnt, so hätte er geschmeckt. Aber ich denke, wo ist das anders, ne? So, bis dann. Papa, komm gleich. So, wir waren jetzt im Brei-Markt mal gucken oder beziehungsweise mal gucken. Also jetzt weiß ich auch, warum der Brei-Markt so gehypen wird. Und jetzt sitzen wir hier bei Kentucky Fight Shake und zum Mittagessen. Es ist jetzt so viertel zwölf. Und Lucy hat schon Hunger. Lucy will die Mama sehen. Und jetzt werden wir was essen. Was sehen wir, die Mama sehen. Wir werden jetzt was essen. Und dann gehen wir in See-Live. Mittagsschlaf werden wir jetzt... Lucy. Mittagsschlaf werden wir nun nicht im Hotel machen, weil das werden wir zeitlich gar nicht schaffen. Wir werden jetzt mal sehen, wie lang es hier durchfällt. Es ist heute einfach mal ein Test. Wir sind zwar nicht so begeistert, da jetzt nicht bewusst hinzulegen, weil es das ja eigentlich so gut ist. Mal schauen, was läuft. Ich halte schon viel auf den End. Ich halte schon mal. So, also wir stehen jetzt hier vor dem Berliner Fernsehturm. Und die Maus hat sich jetzt mal ein Backe hingelegt. Mal sehen, ich glaube nicht, dass sie schlafen wird. Entschuldigung, sieht sie nicht danach aus. Ja, wir laufen jetzt zum See-Live. Und hoffen, dass es schön wird. Ja, wir laufen jetzt zum See-Live. Bis zum See-Live. Bis zum See-Live. Jetzt sind wir aus dem Aquaturm raus und sind jetzt auch kein Fahrstuhl gefahren. Aber da drin war es sehr warm. Das war jetzt für meine Tochter nicht so wirklich das Feine. Man merkt, dass sie jetzt auch müde wird. Fast ja nicht so alles. Und immer nur zu Mama und so. Jetzt gerade mal gut, dass sie gerade eine Vogel hinterher rennt. Deswegen kann ich gerade mal flocken. Ja, und jetzt gehen wir in die Stadt ein bisschen bummeln und vielleicht auf dem Spazierweg schläft sie uns hoffentlich mal ein. Ich melde mich dann später wieder. Jetzt sind wir am überlegen, was wir machen, weil sie ist tatsächlich doch im Backe eingeschlafen. Und wir wissen ja noch nicht, wie lange sie schläft. Mal sehen. Oder wahrscheinlich doch shoppen gehen werden. Gucken wir mal. Da unsere Maus ja jetzt so schön schläft, haben wir uns gedacht, wir laufen jetzt an Spandenborough-Turm. Bei Regen. Niesel-Regen. Aber wir dachten jetzt immer, in irgendwelche Läden gehen und es ist dann warm und kalt und raus und rein. Und dann kann sie auch nicht schön schlafen. Also gehen wir jetzt spazieren. Und dann fahren wir mit der U-Bahn zurück. Da freut sie sich eh. Na dann, auf geht's. Ruf die U-Bahn nochmal. Oh, Bart. Du. Ente. Ente. Kommt doch keine. Von da kommt sie? Ja. Ja? Ja, mal gucken. Da. Da kommt sie. Hoppe. Hoppe sind da. Ja. Oh, ja stimmt. Und auch Hoppe hält auf. Ja, die Lucy reitet auf mit dem Pferd und hat den Helm auf. Richtig. Hoppe halten. Ja. Hörsch mal, jetzt kommt der Wind. Jetzt kommt bestimmt gleich die U-Bahn. Hier trifft den Wind schon her. Hörsch mal, mal gucken. Ja, jetzt kommt sie. Oh, Hörsch. Oh, da. Hallo. Hallo Lucy, siehst du mich? Ja. Zieh mal drauf. Ja. Ja? Ja. Wir waren jetzt noch bummeln im Saturn. Und wo waren wir noch? Im C&A, genau. Oder im Schlafanzugrücker. Und die Lucy sitzt auch in ihrem Wuchstuhl. Und wir sind jetzt im Restaurant Neo und essen jetzt hier schon ab. Wo es jetzt um halb sechs geworden ist. Und ja. Und dann wird der Abend noch schon wieder zu Ende gehen mit daheim fahren und ins Bett. Und jetzt muss mich erst mal mein Kind kommen. Bis später. Und froh. Und froh. Und froh. ups soh. trump. Ja, jetzt haben wir fein gegessen, was kann man zum Restaurant sagen, es war eigentlich ganz gut, mein Essen war zwar kalt, wurde nochmal erwärmt, aber ansonsten sehr freundlich, sehr kinderfreundlich auch, ja, starker Cocktail, oh ja, starker Cocktail, also ich hatte mir einen Cocktail bestellt, Tequila Sunrise und der hat es sehr gut gemeint mit Alkohol, also ich habe ihn nicht austrinken können. Ansonsten, Lucy hat schon wieder ihre Mütze abgesetzt, Moment, ansonsten fahren wir jetzt mit der U-Bahn heim, die wird sich die Lucy wieder freuen. U-Bahn? Ja, wir fahren U-Bahn und ja, dann gehen wir auch ins Bett, also ja, ein bisschen in der Badewanne, schön baden und gemütlich noch ein bisschen den Abend aussehen lassen und dann ins Bett und dann war es das auch für heute schon wieder. Ansonsten, weitere Tipps habe ich jetzt gerade spontan gar nicht. Unser Kind läuft weg. Ich wollte gerade sagen, es ist nur unser Kind, ich muss hinterher, tschüss, bis dann. Wir sind jetzt im Hotel wieder angekommen und ja, werden jetzt vielleicht noch baden, wie gesagt und dann ins Bettchen gehen und ich weiß auch nicht, wie viel Videomaterial es wieder ist, von daher sage ich erstmal Tschüss für dieses Video und das nächste kommt dann auch oder es geht halt gleich weiter hinten dran. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen nach oben und über jeden Kommentar von euch. Bei Fragen bin ich auch gerne da und dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.